Musik Starker Regen und noch gefrorener Boden haben in vielen Orten der Region Trier zu Überschwemmungen und vollgelaufenen Kellern geführt. Besonders schlimm war die Situation am Freitagvormittag in Mandern im Kreis Trier-Saarburg. Dort wurden sämtliche Feuerwehren aus dem Umfeld zusammengezogen, um die Schlamm- und Wassermassen im Ortskern zu bändigen. Bruno Merten erläutert die Situation. Wir sind hier in Mandern am Ulmenhof. Wassereinbruch durch den geborenen Boden kann Wasser nicht in Erdreich abdringen. Also hier ist es zintflutartig. Mandern, Kreimerath, Schillingen haben wir Gebäude unter Wasser stehen. Amelskeil, Saarburg sind zu Hilfe gerufen mit Pumpen, Container und Sandstärken. Wir versuchen Menschen möglichst hier zu retten. Kann man schon absehen, wie lange das heute hier geht? Ja, ich schätze mal, dass das den ganzen Tag noch andauernd dauert. In der Südeifel waren die Flüsse an vielen Stellen über ihre Ufer getreten. Die Lage war aber entspannt. Die Polizei Bitburg meldete keine schwerwiegenden Verkehrsbehinderungen. Auch von überfluteten Kellern war nichts bekannt. Auch die Kill floss nach den heftigen Regenfällen deutlich schneller, gurgelnder und brauner als sonst unter der Neuenbrücke hindurch. Wenige Kilometer oberhalb sammelte sich auf Äckern derweil weiteres Wasser, das in kleinen Sturzbächen Richtung Kill floss. Auch die Saar war am Vormittag erhöht. Doch auch hier gab es keine Probleme. In Konz lief Wasser in die Sparkasse. Die Feuerwehr verhinderte jedoch Schlimmeres. Schlimmes richtete dagegen der Regen in Greimerath im Hochwald an. Im Haus von Claudio Altieri sammelte sich Wasser. Morgens hatten sie das Wasser bemerkt. Dankeschön an die Feuerwehr. Die hat den Bach jetzt mal hinterm Haus umgeleitet anhand von Sandsäcken, sodass es nicht mehr ins Gebäude reinlaufen kann. Heute Morgen sind wir aufgewacht, haben mit Schrecken gesehen, dass der Keller einen halben Meter unter Wasser steht. Und dementsprechend chaotisch sieht es halt jetzt hier aus. Das Wasser ist mittlerweile aus dem Haus. Zurück bleiben Dreck und Chaos und daher jede Menge aufzuräumen. Das Wasser ist mittlerweile aus dem Haus.